Ist dein Skin eigentlich normal? Du hast bei mir... Du machst ja immer so... Als hätte ich vorher irgendwie noch für ein anderes Filmchen ein neues Video gemacht. Hey und Willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Try Jump mit Palutin. Hallo! Hi Berlin, na? Ja, ich bin so aufgeregt, dass mein Skinny auch der direkt so ganz schockiert guckt. Ja, der guckt ganz schockiert, Alter. Der kriegt das Mull nicht voll. Ja, das stimmt. Das ist ein alter Gearschland. Es gibt eine ganze Reihe neue Module. Ich habe eh seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Du jung warst mich jetzt quasi neu in Minecraft, Alter, wie damals. Okay. 1998. Okay, in der Südsee? Nordsee dachte ich. Wir sind doch eigentlich nur Nordsee gefahren. Echt? Weißt du ein Nordsee-Typ? Ja, ich hab mal einen Nordsee-Typ. Okay. Südsee war mir zu teuer. Okay. Man kann übrigens jetzt auch bei Nordsee bestellen, ne? Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Oh, okay. Ja, das Placement-Vort sollten wir eigentlich erst bei sechs Minuten erwähnen, damit ich dann noch eine Werbe-Break dazwischen machen kann. Wir müssen ja nur noch, dass man auch bei anderen Sachen noch bestellen kann, Alter. Und bei... Ich war ja in Hamburg... Das hat mir Kedos letztes Mal erzählt, dass man bei Pizzalieferant, den es eigentlich nur im Norden gibt, ne? Weiß wen ich meine. Smilies. Ja, Smilies. Ja, genau. Ja, nachdem ich dachte, nachher würde ich alles rausgepumpt. Dann hab ich auch ein Placement. Also von daher... Okay. Ne, hab ich aber auch gesehen. Smilies muss man dazu sagen. Genau, Pizzalieferant eigentlich eher aus dem Norden. Super geile Pizzen. Also da hat man dann nachher immer Bauchweh, aber es lohnt sich. So nach dem Motto. Und den gibt's auch in Köln jetzt, genau. Genau. Aber nur Südstadt. Und da wohnen wir ja nicht. Ja. Wir wohnen ja in... Kranhäusern. Sagatogaland. Wo? Kranhäuser hier. Ach ja, stimmt. Du bist doch jetzt in die Wohnung gezogen von Podolski hier. Ne, Podolski wohnt noch da. Echt? Wir wohnen da zusammen. Ach so. Schweini ist jetzt auch reingezogen. Das ist ne krasse Video. Das ist auch mal? Ich dachte, der sind Pedale und Taros, würde ich grad sagen. Das heißt, Pedale und Taros. Ja, so passt das. Gegen den hab ich gekämpft, ne? Ja, in Varo. Das war... Da war ich ein bisschen... Da hatte ich ein bisschen Pipi in den Augen kurzzeitig während des Kampfes. Ja, der hat uns alle überrascht, dass er da plötzlich doch den einen oder anderen Skill rausgepackt hat. Ja, der hat ja einen nach dem anderen wegrasiert. Ja. Ich find's geil, wie Max eigentlich bei jedem Varo immer irgendwie durch ganz, ganz komische Sachen rausgeflogen ist. Wie beim ersten Mal irgendwie... Was war das nochmal? Strike? Im zweiten Mal in der ersten Folge durch Moor und in der dritten jetzt wieder durch Strike. Ist es durch Strike geflogen? Ne, nein, nein, nein. Im ersten Varo hat er den Creeper zerstört. Genau. Ja, stimmt, stimmt. Das war mit Zeronik damals, oder? Ja, genau. Wer? Wer? Kennt ihr noch jemanden? Liebe Grüße bitte. Liebe Grüße. Ja, der macht jetzt so Pumper-Sachen, hab ich irgendwann mal gesehen. Ja, mach ich auch bald. Ja, das glaub ich, Alter. Das du, da mach ich direkt mit, Alter. Da bin ich direkt Pumper... Machst du eigentlich noch Sport? Aktuell? Gelegentlich, ja. Okay. Also ich muss unbedingt... Eigentlich wollte ich vor dem Urlaub joggen gehen, damit so ein bisschen meine Beine so ein bisschen mehr Stabilisation noch bekommen. Das hat sich aber auch dadurch, dass es so kalt ist und ich hab halt nur kurze Hosen. Das ist halt so mein Problem. Da hab ich letztens auch ein Video gesehen von Inscope. Grüße bitte. Wo er irgendwie 20 Minuten darüber geredet hat, dass er jetzt bald so ein Beintraining beginnt. Okay. Und ich find das ja ganz, ganz super toll, wenn Leute sich sportlich betätigen. Ich hab auch gestern ein Video von Flying Uwe gesehen. Selbe Kategorie. Liebe Grüße bitte. Ähm. Ich muss aber leider immer unfreiwillig lachen, wenn Leute irgendwie so über ihr Sportprogramm reden, weil es doch immer sehr... Also ich kann das nicht so richtig ernst nehmen. Es wirkt immer so ein bisschen... So ein totales Klischee. Weißt du? Okay. Und dann muss ich hier und dann gibt's irgendwie so ein Timelapse von irgendwie Beine auf, Beine zu. Ich hab kein Problem damit, wenn Leute trainieren, um Gottes Willen. Ähm. Aber ich kann mir das halt nicht angucken in Videoform. Das find ich immer ganz unerträglich. Ich... Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das teilweise ganz interessant finde, wenn die... So... Flying Uwe ist ja auch so jemand, der macht auch so Kampfsport. Ja. Ich find's mega geil, alter. Ne, ich... Ich find das immer ganz interessant. Natürlich, wenn jetzt jemand darüber redet, was für Kasse Waden oder so. Ich... Ich guck, bin jetzt auch niemand, der sich das gerne anguckt. Aber... Zum Beispiel was Flying Uwe... Der... Der hat... Der sammelt so alte Spiele. Das hab ich... Genau das hab ich gesehen. Mit dem Mario. Mit diesem Plus 90 und sowas. Das ist so interessant. Genau mit den 90 plus und so. Muss man mal kurz vielleicht erzählen für die Zuschauer. Und zwar gibt es wohl ne Game... Wie hießen die jetzt nochmal? Videogame irgendwas? VGA. Ja, VGA, genau. Und die quasi bewerten alte Spiele. Unverpackt aber, ne? Und... Ja genau, je nachdem. Genau. Und bewerten halt den Zustand der Box und das... Ähm... Welchem Alter das Spiel ist. Ob es ne Erstveröffentlichung ist oder ne Zweitveröffentlichung und und und. Und dann kannst du das halt kaufen auf Ebay und sowas. Halt komplett verschweißt und in so Plastikboxen irgendwie. Also richtig krass. Und teilweise Spieleperlen halt echt aus den frühen 80ern. Aber die gehen dann auch gut weg für, keine Ahnung, 10.000 Dollar oder weniger. Ja genau. Das ist echt mega interessant. Das ist echt mega interessant. Muss ich auch sagen. Ich hätte ja echt auch gerne irgendwie so ne Pokemon Version oder so. Ja. So ne richtig so nochmal original verpackt und einfach so Pokemon rote Version. Weil ich hab meine... Ich bin immer noch der Meinung, dass sie mir geklaut wurde. Also ich bin da nicht hundertprozentig sicher. Hast du auch rot gehabt? Ja, natürlich. Gibt's ganz wenige. Die meisten haben immer blau. Ja, ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich weiß nicht, was bei denen falsch gelaufen ist. Nein, Spaß Leute. Ist mir letztlich tomato, tomato. Die anderen hatten Mauzi und wir hatten irgendwie dafür irgendwen anders. Also es gab ein paar verschiedene Pokemon. Das weiß ich gar nicht. Ich glaub ein Ratzlaff oder sowas war doch irgendwie... Genau. Den kenn ich nicht, Alter. Ratzlaff ist gut. Ratzlaff. Ich hab mir letztens... Hier in Köln gibt's auch so nen Retro-Spielladen. Und da hab ich mir letztens Super Nintendo gekauft mit Legend of Zelda hier Link to the Past. Aber auch noch mit Originalverpackung. In nem astreinen Zustand. Nicht original verpackt, aber Originalverpackung halt. Mit allem drum und dran. Okay, ja. Und da war ich richtig stolz drauf, dass ich das jetzt hier stehen hab. War das das, was du auch im Video gezeigt hast? Ja, ja. Genau, genau, genau. Ja, okay, genau. Ja, das hab ich gesehen. Das ist echt... SNES ist sowieso noch so ein Ding. Da hätte ich auch nochmal... Ich ärgere mich bis heute, dass ich den verkauft hab. Ja, kannst du doch... Aber ich... Kannst du doch nochmal nochmal kaufen. Also... Ich glaube die steigen nur im Wert, ehrlich gesagt. Also... Ich kann mir... Ich glaube das... Weil die immer seltener werden und so. Ich glaube das ist ne ganz gute... Ganz gute Marktanlage. Ganz gute Investition meinst du? Ich scheitere gerade bei diesem Modul hier. Ah, ich muss mal gucken. Ich bin auch da mittlerweile. Ich chill da auch so ein bisschen. Unfassbar. Aber du hast doch Adminrechte. Kannst du nicht kurz nen Schnitt setzen und uns dahin porten? Soll ich rüberfliegen einfach? Ja. Obwohl das Schirmluckus ist. Rein theoretisch. Kannst du... Also rein theoretisch. Ja. Kannst du Game Mode 1 gehen? Kannst du jetzt einfach Slash Game Mode 1? Ich kann mal gucken. Warte. Moment. Game Mode 1. Oder... In weiser Voraussicht haben die Leute das bei dir... Hast du Game Mode? Ja, ich hab Game Mode. Aber ich möchte natürlich... Mach den lieber mal schnell wieder weg. Warte mal. Ich sag dir nur einmal ganz kurz. Wir machen das zu zweit. Warte. Guck mal. Jetzt bin ich kurz hier drüben. Dann gucken wir mal. Ja, wer es am besten schafft. Ja? Oh, Bergy ist gestorben. Oh, warte. Jetzt bin ich unter Druck. Du darfst halt nicht zurücksetzen dann, ne? Aber du hast ja... Nein! Oh Gott, jetzt muss ich wieder hochfliegen oder was? Ja. Sonst bist du wieder bei dir am spawnen. Achso. Verdammt! Das kann doch nicht wahr sein! Ey, ich dreh... Dieser Sprung, vor allem. Ich hab mich schon eigentlich tausend Mal geschafft. Normalerweise sind hier auch mal Try harder. Mich wundert das mega, dass es hier kein anderer ist. Bergy? Ich hab dich kurzzeitig nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, was da los war. Oh du. Mein Mikrofon geht irgendwie öfter mal aus. Okay. Nice. Zumindest sagt mir das immer jeder. Phil, da haben sie auch einfach alle keinen Bock mehr auf mich. Ich weiß es nicht. Oh, warte. Dann muss ich hier hin? Ich muss anlaufen nehmen. Sonst kriegst du das ja nicht. Du musst da einfach am perfekten... Ja, warte mal. Okay, guck dir das an, Alter. Ziehst du es rein? Ich zieh mir das jetzt richtig hart rein, Palle hier. Boah! Ach, Mist. Ich fahr ja wieder runter. Ja, vor allem... Ach, das ist... Es ist doch einfach... Man muss doch... Man muss einfach auf der... Die Glasplatte ist ja das schwierige. Da muss man viel, viel später irgendwie... Umsteigen. Hast du grad geschrieben nebenbei? Ich hab's doch genau gehört. Ja, ne, ich wollte Game Mode Null machen. Mach ich mal wieder Game Mode Null. Nicht, dass... Dass mir jetzt gleich, wenn ich's schaffe, dass dann alle sagen... Oh, 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 oh. Ja, ne, wenn ich zuschaue... Ich... Ich möchte ja auch nicht betrügen. Da hab ich ja gar kein... Gar kein Interesse dran. Naja, hast du vorher auch noch mal was anderes gesagt. Du, bei 6 Minuten... Du brauch mal Game Mode raus. Das wird der absolute Burner. Ich komm hier nicht rüber! Aber du bist nicht der Einzige. Alter, Furzgrippe ist noch bei 33. Was ist denn mit Furzgrippe los? Ja, das ist ein Meister. Wiff hat... Wiff hat auch schon innerlich aufgegeben. Der ist... Der ist bei 7. Was ist denn mit ihm los? Aber er gibt dich auf. Das find ich halt immer mega geil. Wenn Leute halt nicht aufgeben, sondern einfach... Wie kommt man bei der 8 weiter? Ähm... Frag mal... Frag mal bei der 10er. Das ist... Das ist das Problem. Ey, das... Das gibt's doch nicht. Ich muss mal kurz gucken, ob ich mein Field of View nochmal irgendwie umstelle. Ich mach mal jetzt auf 100, Alter. Vielleicht bring's das. Genau. Liegt an deinem Field of View. Mhm. Ich garantiere, dass es daran liegt. Weil jetzt mach ich's. Pass auf. Okay, ja. Aber ich guck dir zu. Oh, bei mir hattest du grad einen Lag. Ah, jetzt. Jetzt kommt er nochmal. Ah! Ja, Mann! Aber wie viele... Kann man da nicht so einen Dreiersprung machen? Oder wie das nochmal hieß hier? Der MC Expert Sprung? Sturmi hat immer... Ja, Sturmi hat immer... Von MC Experts Dreiersprung irgendwie erzählt. Dass man... Wie... Oder... Verdammt! Ich komm da einfach... Man brauch halt den perfekten... Das ist einfach nur das perfekte Timing. Ja. Und dafür sind wir ja bekannt. Aber ich... Ich drück dann auch teilweise echt einfach zu spät. Vielleicht ist es auch unmöglich. Vielleicht wurde auch einfach gefuscht. Vielleicht sind wir auch einfach... Ja? Nee, nee. Das ist... Das ist... Ja. Es ist... Okay. Dabei war ich immer so gut bei Dragon Escape. Okay. Ja... Ey, das ist super frustrierend gerade. Vielleicht sollten wir einfach bei... Bei den Sachen bleiben, die wir wirklich können. Also vielleicht nochmal ein Revival von Christmas City oder so. Ja, Christmas City... Ich war nie... Ich war... Ich war doch nie bei Christmas City dabei. Ist die Folge noch online? Ach, das... Ach, stimmt! Ach, das meinst du? Ja, klar. Ich hab... Ich hab auf meinem Kanal eigentlich nichts... Nie runtergepackt. Okay. Weil ich... Ich hab eigentlich nichts, wofür ich mich schämen sollte. Eigentlich. Ich... Ich komme... Also... I love Wahoka. Das bin übrigens ich. Ja, komm. It's over, Palle. It's over. War... War... Schon zu Ende? Ja, aber ich fand's trotzdem... Guck mal... Wir haben gut getalkt. Das fand ich gut. Das war so... Jetzt kaufe ich mir erstmal... Ist es denn eine Teamrunde? Ja. Wir können zusammen teamen. So... Ich muss mal gucken. Ich hab echt vergessen mit Rüstung und sowas. So... Jetzt schön hier... Oh, für 1000, Alter. Zack. Ich... Einmal geht nicht. Schade. Dann guck ich doch mal... Einen... Oh, hol ich ein Extraherz? Ich hab irgendwas vergessen, Palle. Ich hab irgendwie... Ich verzauber einfach nochmal. Oh, okay. Zack. Ich... Ja, ich... Ich hol mir jetzt hier auch noch so einen kleinen... kleinen Goldapfel. Zack. Und für den Rest gibt's lecker Steak. Patz. Bei Steak brauchst du ja nie mehr als 10. Da würde ja eher auf Pfeil und Bogen gehen vielleicht, oder? Nee. Pfeil und Bogen wird überbewertet. Weil ich bin ja... Was... Was ich nochmal vergiss... Ich bin eine Katze. Nicht nur ingame, sondern auch im real life. So ninjamäßig, oder was? Ja, so reflexartige... Reflexe. Aber irgendwas war da falsch. Blitzschnellere Reflexe. Ja. Und das ist einfach... Praktisch ne... ne... Aber das kommt... Das kommt ja quasi noch aus... aus unserer damaligen Kiezzeit, als wir Türsteher waren. Weil du ja regelmäßig durch Shane verteilt hast an die Leute, die keinen Eintritt oder so gezahlt haben. Ja, ich musste mich natürlich auch... auch blitzschnell bewegen, wenn wieder einer von deinen Kollegen ein Messer gezogen hat. Weil du über ich den nicht reingelassen hab. So... Ich sag... Burmy lässt mich immer rein. Yamada ist wegkommst! Und auf einmal zieht der ein Messer. Und ich so... Ey, Dinger! Und den Roundhouse Kick fand ich halt mega geil damals. Den hast du ja irgendwie perfektioniert, ne? Ja. Wie heißt du denn? Bitte? Wie heißt du? Oh, ich hab hier... Oh Gott, oh Gott. Ähm... Ich bin... I love Wahoka. Aber ich glaub wir sehen uns hier direkt. Ja. Das kann gut sein. Hier ist Daniel... Daniel. Ich hab ihn. Okay, alles klar. Entschuldigung. Da war ich jetzt grad ein bisschen... Klang grad so, als hätte ich irgendjemand angegriffen. Oh, der hat nen Goldapfel, Alter. Das würde ihm aber nichts bringen. Ich mach jetzt hier nebenbei gleich ein paar Roundhouse Kicks, Alter. Oh Gott! Das war scheiße! Oh Gott! Direkt ein Bein verloren! Ja. Oh Gott! Hi. Au, was schickst du? Entschuldigung, Entschuldigung! Ja? Ja, aber es war... War kein Kampf. Also Kampf ist ja, wenn's... Eine Herausforderung ist. Entschuldigung. War ein kleiner Prank, Leute. Ich versteck mich hinter dem Typen und dann... Verprügelt du ihn so dermaßen. Ja, ja, genau. Dann hab ich ihn direkt hier... Zack, Alter. Da wollte... Oh, das zielt er dich ein. Aber kämpfen wir gleich noch... Hast du... Hab ich dich gerade getroffen? Kämpfen wir noch trotzdem... Ja, okay. Alles klar, Palle. Alles klar. Es ist möglich. Ja, aber wir müssen ja erstmal den. Furzgribbel, Alter! Hast du ihn? Siehst du ihn? Ja, hier. Furzgribbel ist er hier. Ich laufe hinter... Warte, ich booste ihn. Mit dem Kompon... Boah. Das riecht zerplatzt. Furzbussen... Ach, das hier ist... Ach, nochmal Furzgribbel. Ja, gut. Der hat doch ein lustiges... Ein lustiges Face. Ja, was willst du denn machen, Palle? Irgendwie... Ich schlage ihn mit dem Steak. Ah, Furzgribbel! Man spielt nicht mit seiner Beute hier. Ach, Mann. Furzgribbel tut mir ein bisschen leid. Ach, tut mir leid. Furzgribbel. Das sieht sich nicht ändern. So, das ist jetzt mein persönliches... Leute, ihr habt euch ja mal geärgert, dass ich kein Waro mehr mache. Oder mit Waro mitgemacht habe dieses Jahr. Deswegen gibt es jetzt hier mein eigentliches Waro-Finale, mit dem vermutlich... Ich werfe es jetzt mal in den Raum. Ich glaube, dass du auf jeden Fall ins Finale von Waro kommen wirst. Ja, klar. Und deswegen... Ich werde es natürlich auch gewinnen. Das steht außer Frage. Ey, was ist denn hier? Katzenachter, Diggere Flexchen. Ja, okay. Wollen wir mal gucken. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ah! Ich dachte, du hast... Au! Ich gehe verzaubern, Alter. Kann man das hier? Ah! Ah! Noch ein extra Schlag! Lauf bitte auf! Ich will ja mal den Pfeil... Aber da muss ich auch... F5 ist verboten hier! Au! Was F5... Ich habe nicht F5 gedrückt. Achso, hast mich... Erinnerst du dich noch damals, als du mich geteacht hast bei Endergames und sowas? Wo ich... Wie viele Folgen wieder aufgenommen hatten. Ich weiß, wir hatten mal eine zusammen aufgenommen. Da war so ein Sturmi. Und der hat Ewigkeiten gedauert, bis ich da mal eine gewonnen habe. Bergmann Rises war das immer. Da hast du mich immer so trainiert und sowas. Oh, jetzt muss aber... Harry! Ich habe mega geleckt gerade. Also sorry, da war immer einiges schief gerade. Ich habe hier das Kabel da oben auch kurz rausgezogen. Ja. Jetzt muss ich aufpassen. Ich bin nämlich noch ein bisschen am recken. Dann regge mal. Und meines Haustagen. Hast du deinen Goldapfel drin? Äh, den hatte ich eben schon drin. Achso. Das erklärt natürlich einiges. Nein! Du bist doch da. Ist alles gut. Ha! Ha! Palle! Du hast mich längst die ganze Zeit! Ja! Hör auf! Hör auf! Oh Gott! Alter, du hättest mich fast noch... Oh! Bitte! Peace! Ha! Ich muss mich in Sicherheit begeben. Der gibt dich mal in Sicherheit. Kurz, kurz, klipp. Ich muss kurz was essen! Überall Lava! Überall Lava! Oh nein, ich bin gesprungen. Nein, es war unfair, Palle. Es war unfair! Nein, Palle! Ich sehe schon den Titel. Von Varusiger besiegt. Na gut. Gibt ja nur noch ein Team in dem Game. Was ist natürlich kein Problem. Ja, die bringen sich doch garantiert gegenseitig um. Das kannst du mir nicht erzählen. Leute, das soll es gewesen sein. Hier seht ihr jetzt noch spektakuläre andere Videos. Palle, vielen, vielen Dank für die sehr, sehr angenehme, nette Runde und den netten Talk. Schaut auch bei ihm vorbei. Und ansonsten... Bist du gerade in der F50? Nein. Du denkst deinen Mund. Mein Mund. Leute, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Bertmann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.